I would sail across the sea Just to see you on the fly side Wonder who is coming to me And we'll get to take me inside So, hier ist ein Ohren verloren, scheiße Gut, ich hab dieses scheiß Helikopterchen doch gerade im Tür irgendwo gesehen gehabt Alter, wir haben noch 100% Ja, mit AC? Ja Wie easy das gerade ist Oh, jetzt werden wir erfasst Alter, sieht das geil aus Was, wir sind immer noch erfasst? Ja, von dem Flugzeug, das mir gerade über mir weggeflogen ist Also, ich nenn das einen Helikopter Okay, gut, dann ist gerade aber auch noch ein Flugzeug auf mich zugeflogen Ja, das auch 19% noch, natürlich Ich sag doch, ey, wir haben noch 100% und natürlich genau jetzt Hä, leck Am liebsten würde ich jetzt reparieren können Ah, du Sau Warum? Da entsteht eine hässliche Flugabwehr Oh, scheiße, wir wurden disabled Oh, scheiße, wir wurden disabled Oh, scheiße, wir wurden disabled Sind down Oh Gott, ich nie ruf mich gerade an Ey, komm, ignorier's doch, du hast dich auf abwesend gestellt Ja, ich seh's gerade nur auf meinem Handy Achso, ach R, ach R, L Ne, ne, äh, über Skype Dann guck nicht hin Mach dein zweiten Bildschirm aus Ist ja aus Wie kannst du's denn bitte sehen? Auf dem Handy Achso, du hast, ach, du bist mein Handy auch bei Skype Achso, ja Oh, scheiße, wir haben gar nicht die ganze Position, oder? Nö Ne, die ist gerade an, äh, irgendwelchen anderen Finde ich ja mal uncool Und ich halt mich immer noch in der Luft Ja, finde ich auch gerade erstaunlich Nein, 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 nein. Ey, 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 man darf es einfach nicht sagen, oder? Doch, weil ich schon wieder raus bin. Nein! Jetzt bin ich auf dem Boden. Oder freiwillig. Na ja, so halb. Wie gesagt, man darf es einfach nicht sagen, oder? Mhm. Vier neue Nachrichten an Skype. Ist doch egal. Alles schön. So, lieber Alex, ich bin wieder so halb einer. Hallo! Hallo, schuhe, alter Junge. Du vergisst es immer wieder, oder? Was? Du hörst schon wieder. Hallo, lieber Alex. Hallo, lieber Eskenel. Das sagt cool aus. Lieber Eskenel, pfff. Wie hast du mich wiederbelebt? Wie hast du mich wiederbelebt? Nein, 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 nein. Doch, ich habe jetzt so eine Scheißklasse, deswegen. Oh, meine Lieblingsklasse. Ich muss auf die Waffe. Obwohl, nee, doch, nee, ich habe meine Scheißwaffe drin. Und dann kriege ich das hin? Alex, Alex, ich bin tot Alter Alex, Alex, Hunter Troll, wie kann der mich getroffen haben? Ey, ich mein's ernsthaft Ich mach gleich die Aufnahme alleine, wenn's so weitergeht mit dir Esken Ja komm, merk's dir doch einfach mal Es nervt wirklich langsam Ich hab eindeutig die falsche Klasse dabei Um diesen Panzer zu besiegen Kann sein Als Medic bin ich gerade direkt Ich dachte, ich hätte noch eine Linksklasse mit bei Aber nein Oh, natürlich wurde ich wieder weggefickt Ich steig aus und bin tot Ups Johann hat etwas Raketen über meine Köpfe Die an mich gerichtet sind Und du bist übrigens kein Medic Du hast auch meine Klasse aufgenommen, du Horst Ach, Horst, du bist doch schon wieder Medic Wie kommt das denn? Ich war gestod Oh, natürlich, ich wurde schon wieder beschossen Ich auch Medic, 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 Medic Medic Geht gerade nicht, geht gerade nicht Geht gerade nicht, weil ich ihn habe Weil ich meine Munition alles Ich bin tot Er macht 90B Wieder blieb mich Okay, du bist wirklich schlecht Du, ich hab dich eh nicht gesehen Ja, du hast einfach bloß ein Medic hier hinschmeißen müssen Das wird Also einfach mal auf die drei tippen Wäre doch gegangen, oder? Nein Das vergesse ich immer, wenn die Taste das ist Ich drück meistens mal vier Warum vergesst du nicht immer die Schaden? Okay, ich brauche jetzt eindeutig mal eine andere Waffen-Config Sonst verkacke ich Also, was nehmen wir denn mit? Der liebe Joko Packt ein Die MP7 Und die K18 Und Squatchband Und ich bin im Heli, wieso das? Jetzt wollte ich nur noch zwei gute Bordschützen Dann wäre es echt geil Darauf kommt es ja auch immer an Wirklich, wenn dein Team einfach scheiße ist Kannst du noch so gut sein, das bringt nichts Also, jetzt kannst du bitte versuchen, bei mir zu spawnen Wie soll das gehen? Ich bin noch momentan noch am Leben Und dann ein Helikopter drin Als Scanner Ja, aber nee Weil ich habe nämlich gerade hier den Gunner-Heli Den richtigen Gunner-Heli Den coolen Gunner-Heli Aha Ich sehe dich gerade Ich fliege gerade hier an dir vorbei Ja gut, ich habe jetzt eigentlich gute Leute dran Dann ist ja gut Ich hoffe, die können auch ein bisschen schießen Na dann flieg halt weg Und wir wollen jetzt mal auf AFA so ein bisschen Vielleicht mal so ein bisschen zu gucken Man schwer, 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 schwer Die alle zu treffen Übrigens ich fliege hier gerade Ja, ich sehe es Ich bin daneben Das scheint keiner mehr zu sein Moment, ganz langsam versuchen Nein, 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 nein schon doppelt gemoppelt ich weiß doppel gemütze ich versuche mal da und dann zu und sie zu gehen als gott hey scheiße das ist voll fies oder es hat es da wär doch noch geschossen oder nein toll wie alles was immer sagen können ist okay zum glück zum glück war ich diesmal ohne facecam auch schade hätte ich mal gesehen wie dein gesicht verziehst lieber erst kann ich bin ja wie hat er wie hat er das dann jetzt bitte gemacht ach der schütze hat uns raus aber wie lange ich mich auch gehalten ich will nicht die wenn um die mich warte auf ein anderes wie geht nein nein doch doch jetzt bist du drin oder ja ich brauche noch ein ganner soll bei mir rein schnell nein du kannst du es alleine fahren du bist fahrer oder gander andere positionen gibt sich ist eine besetzt kann niemand mehr rein scheiße warum brennt das scheißteil jetzt was war denn ich hab doch ja alex f2 es war das gerade für ein scheiß ich drücke auf die weiber bespawnt irgendwie hat das das nicht genommen und ja wer auch immer nicht repariert er ist ein gott er ist ein gott im reparieren pass auf das habe ich habe ich habe gerade ein feindliches quad hinter dir gesehen oder du brennst du brennst du brennst ja immer noch oh mein gott oh mein gott das müssen sie jetzt weg 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 nein bleib drin du hast du ausgestiegen bist wie weib leute ich hoffe ich könnte ihn wieder beleben ich will da wieder rein leckt mich alle nein alex du hast mich verloren tut mir leid ich muss hier weg weil sonst wäre ich tot ich lebe ich laufe ich laufe ich laufe 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 ja trotzdem werde ich oh mein gott okay mach sie alle tot ich versuche jetzt zum nächsten ah nein von ey von hinten immer ey komm schon ich will mal wieder ich will mal wirklich wieder im richtigen fire fight sterben und nicht mehr in oh guck mal da ist ein typ der steht direkt mit dem rücken zu mich töte ihn mal das finde ich ja lustiger ey ich bin schon seit ja ich bin jetzt schon seit bestimmt den nächsten seit den letzten 50 deaths also jetzt nicht in dieser folge aber generell bestimmt nicht nur noch durch hinten gestorben sozusagen ich bin ja hört sich ziemlich an aber ansonsten bin ich nie mehr durch ein normales fire fight gestorben von mann bitte stecken mit den fingern nicht zu tief in den popo ja also das ist ein hobby übrigens deswegen redet da davon so viel naja weißt du was ich geil finden würde zwei fingern po nein wenn das team das weniger punkte das weniger punkte eingenommen hat die ac 130 findet dann kriegt weil so finde ich das echt ungefähr weil das team das dominiert hat automatisch der ac ja das stimmt das muss man ändern finde ich das muss man erwarten weil sonst ist es echt beschissen ja was die athen ich sehe die gar nicht gerade auch wenn du so und von text weil ich bin gerade und she looks down she looks down ah jetzt ist schon eine see ok die warte ist die warte du wirst du uns gerade der ac warte ich sehe so ja jetzt ist gerade problem war jetzt natürlich hä was ist denn das so wollte ich jetzt unbedingt nicht fliegen ich war doch gerade noch der typ sagen die scheiße es ist relativ low poli modelliert dieses fahrzeugchen hier ich liebe die übrigens die magnum meinst du warte